Hallo und herzlich willkommen zurück zu Praetorians. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir haben hier oben die Streitkräfte der feindlichen Römer erschlagen. Wir sind gerade am heilen und bilden gerade schon wieder aus. Wir haben hier ein paar andere Parallel-Lehrer. Schleuderer übrig. Ja, sieht nicht so aus. Aber die da drüben können wir weitfähige Infanterie haben. Wir haben hier. Wir haben hier. So, wir warten uns aufs letzte Team Praetorianer. Sammeln mal Gladiatoren nach da unten. Dann nehmen wir die vier sehr guten Einheiten, also die paar balearischen Schleuderer, die übrig sind. Unsere beiden Praetorianer und die Gladiatoren. Während der Rechte der Einheiten mal We are on the way. A new troop has been recruited. Okay. Your orders? General? Yes, General. Following your orders. Yes, General. Stop. Yes, Sir. Stop. Following your orders. Your orders? Yes, Sir. Yes, General. We can't go there. Following your orders. Yes, General. So, 1. We are ready. General, we are on the way. Sie sehen zwar verbündet aus, aber es kann auch passieren. Das ist schon oft passiert in manchen Labuen. Das verbündete auf einmal einfach angreifen. Yes, General. Immediately. Gut. Aha. Dann sollen wir hier mal Sperrträger. Yes, General. Yes, Sir. Aha. General. We are on the way. We are ready. Aha. Aha. Da sind unsere Männer. Da sind unsere Männer. Unser Herr Karius Krastinus chillt hier. Unser Herr Karius Krastinus chillt hier. Unde. In mir geht es. Following your orders. Aha. The militia of ancona still loyal to Pompeii attacks. Yes, sir. Gut, dann attackieren wir. Die militia of ancona abandons Pompeii's cause. Gut, jetzt gehen sie zu uns. Aha. General. Alle Einheiten auf Standardformation. Nur, das ist ja eine Art Position. Aber die Bundeskanzlerin ist ja drum. action. Immerhin. Ja, Sir. Wir konnten da. Halt, 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 halt. Was macht ihr? Was macht ihr? Stopp, 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 stopp. Was macht ihr? Das ist ja die Frage. Wir wollen jetzt erstmal hier heilern. Wo ist unser Healer? Aha. Wir sind unser Healer. Und da ist der Healer von denen. wollen ja oder die medieter und war japan hilft immer beim heilen und lass dich auch mal heilen dann hat unser hieler wieder volles leben alle anderen haben volles leben das ist sehr gut wir schnappen uns unsere praetorianer und schicken die hier im wald die gladiatorin kommt auch mal mit dann gucken wir dass wir uns nach der hinten bewegen und von hintenher hier die feind angreifen hier drüben ist ankonas Milita die hier wache halten wir haben gut dann gehen mal der restlichen einheiten also gut guckt jetzt dass er da hochkommt während ihr guckt dass er da lang kommt gut gut legions i need help here come on the pompeian forces are attacking our city mission objectives have changed immediately we are ready aha schnappt sie euch wenn wir müssen wir haben wir sind wir sind der hoch da oben sind noch einige ein mobben oder ist versuchen gestern schnapp sie euch dann hätten wir auch schon mal fahrern um soweit befreit ok gut 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 kommen Kajus Titus Produs das ist in so einer gut ist es ist alles unser Zantorio ab in den Lager. Bild uns mal zwei. Oh. Wir haben schon zu viele Soldaten. Ja, Gaius, Titus, Rudeus. Äh, Rudeus. Wirdet sterben. Gut. Oder auch nicht. Unsere Praetorianer. Diese balearischen Schleuderer. Und diese Bogenschützen. Komm mal jenen Wald rein. Komm mal jenen Wald rein. Wir sind jetzt zweistellig. Und dann rüber. Aha. Ja, sir. Immediately. Wir are ready. Und hier geht auf Statsalinformation. Hier steht mal hier rüber. Wir are ready. Zulöbbar, wenn wir da oben. Zulöbbar, aha. ja darüber was haben wir hier ein infantericht darüber sammeln jetzt ist mal alles was man europa um einen spiel und so ihr seid agro nicht gehört ihr seid agro und ihr seid sowieso agro in einem wald bleiben man muss ihnen zugute halten sie versuchen es zu mindestens warum die bogenschützen haben schon probleme ihre gladiatoren wegen unserem blöd nicht im Ernst unsere arm prätobianer haben gerade niedergemetzelt wir brauchen mehr ja da Angriff unsere Ballärer haben auch Probleme komm schon legt diese Legionäre um ok das habe ich jetzt mal schön verbockt so wie es aussieht kommt schon diese Legionäre müssen fallen ok nicht zu weg von hier we are on the way for the emperor yes general aha we are on the way attack ok da kommen unsere Praetorianer dann brauchen wir nochmal zwei davon eigentlich obwohl eigentlich ja nicht los holt die restliche äh holt nochmal eine Gruppe Infanterie wir sammeln unsere Streitkräfte nein der Furt also hier Mann wir haben so viele Bogenschützen und so wenig gute Soldaten ja obwohl ein Grupp Praetorianer lebt ja noch das wurde ja geradeaus ausgebildet gut ihr kommt dann hier her ja was wir jetzt noch schnell ausbilden wäre ein Wolfscout und ein Falkenscout beide hier her hat hier geblieben wie viel hat denn das doch jetzt hier äh nicht nicht wachsend Bankona ok laufen wir bitte hier her oder lass mal den Wolf bis hier her laufen dass wir sehen ob da was im Gebüsch steckt und so wie ich meine Feinde kennen steckt da bestimmt jemand im Gebüsch General Aiken Hill da sind wir von Drosten da wird gebaut da hinten stehen die ersten Feinde und da oben im Wald unsere Streitmacht macht sich dann direkt alles was hier rum steht plus unsere Infanterie die hier baut also jetzt erstmal minus die Infanterie stellt sie mal hier auf gut sobald hier fertig gebaut ist rücken wir einfach rüber rücken zur Stadt vor also hier hoch building complete ist rüber hopp 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 da ist hier der Äquites okay drückt da hoch verteidigt diese Front unsere Einheiten ihr schnappt euch diese Legionäre diese Bogenschützen Kavallaristen da drüben mal ein bisschen aufpassen ja ich wiete es glaubt euch diese katerpult soweit dann auch diese gladiator mit den legendären hier fertig werden dürfte das eigentlich gewesen kavalleriebogen schützen wir jetzt mal ganz schnell hier rüberkommen die berittenen Kavaleristen wir wollen General Retorianos dazu dass in den Wald kommt und dann rückt darüber und ich habe vergessen den Timer zu stellen okay ein weiterer größter Streitmacht rückt über diesen Wald ich habe noch alle Kamlerwisten, die wir holen können ich habe euch diese Bogen schützen schnappt es euch bevor wir den Wald rennen yeah victory sehr schön, sehr schön war within the mountains jetzt gehen wir da rüber Richtung Spanien ok war within the mountains Kapitel 19 Grinesische Berge Nein, Spanien so, ja, so so, ja, so wir müssen sie nicht attacken, nur halten sie bei in Hispania und versuchen sie zu surrender weit weg von ihrem General, die Loyalität der Pompeien forces ist suspect einige Centurien vielleicht entscheiden, dass sie zu unserer Seite in welchen Fall, wir müssen sie helfen und sich ihre Weg zurück zu unseren Positionen die Gottes Fortune ist mit uns, Tribune wir werden, wir werden, wir werden we will, we will, that is no problem Sperrträger auf diese Seite dann kommen unsere Burgenschützen zweimal Burgenschützen ebenfalls mal auf diese Seite Kavallerie, die ganze Infanterie, die schicken wir einfach mal, was haben wir hier? Centurio Centurio plus Kavallerie auch mal auf die Flanke wir schicken einen von euch mal ja, wo schicken wir euch hin? in diesen Wald weil wir auch hier so einen Laufsperr haben, den wir in diesen Wald schicken, um die Wälder hier drüben auszukundschaften die Medien die Legionäre kommt mal hier hoch dieser unsere Praetorianer zusammen mit den restlichen Legionären we are ready stellenweiter hierher jester following your orders we are ready wo ist der Centurio hin? wir haben wir Centurio, der Centurio geht rein und bildet uns aus na, sagen wir mal ein bayerisches Schleuderer Team und ein Team Praetorianer und jester ab in diesen Wald ab in diesen Wald wir probieren wir probieren mal hier ins Gautchen zu bringen, dass wir schon mal ein bissl was im Voraus sehen gut, jetzt haben wir schon reichweite, sehen den Pass hier, sehen den Pass hier, können auf beiden Seiten Feuer öffnen hier zum Beispiel kommen schon die ersten Soldaten der Feinde die wir jetzt schon schön das Feuer nehmen können wir are ready ja gut Physik unter Feuer jetzt kommt hier die ganze Kavallerie die ich habe es ist gesagt bleibt in den Wald, ihr Trottel aber, ok angriff halte sie auf wir drüben ihre Borgenschützer helfen unseren Leuten das bieter ein Ebel zu können und die wir haben uns so weit das werden immer mehr Gegner kommen hier durch wollen und wir müssen sie auch das war es auch in den Wald okay und die haben unsere Männer stecken in Auge und Regulier Scheiße, ihr könnt nicht mal nichts rauslaufen, ihr Idioten. Bleibt alles wie immer an dem Pritorialen kleben. Kommt eine heran, dass ihr Unterstützungsfeier geben könnt. Ja, unsere Praetorianer halten die nicht alle auf. Müssten danach direkt nochmal eins schicken. Auf der Seite scheint gerade alles ruhig zu sein, deswegen schicken wir hier ein Bordensitzenden hin und hier nochmal eins ganz schön weit vor. Feuerwehrerschaft. Und ihr Städtefeuerbreiter. Ja. Die Strategie wäre ja nicht schlecht, wenn sie nicht von gegnerischen Bordensitzenden umfingelt werden. Okay, jetzt kommen hier einige Legionäre und wollen unsere Sperrträgerbindung bedrängen. Unsere Kavallerie sollte mal zur Unterstützung kommen. Gut, und ein Team finden wir hier auch. So. Die sind alle feuerbereit. Ihr wartet hier, ihr chillt euer Leben hier. Ja, ihr Fass. Wir werden jetzt nichts mehr. We are ready. A-ha. Wir über den Sperrträger bringt mir jetzt nichts mehr. Hier sind alle Fassbücherinnen. Wir haben jetzt nichts mehr. Das sind die Bordensitzenden. Ja, wir werden nicht mehr zufrieden. Wir werden nicht mehr zufrieden. Wir werden nicht mehr zufrieden. Es ist eine Niederung, die Städtefeuerbreiter. So. Die Städtefeuerreiter. So. Hier werden wir vielleicht nochmal Burmsützen. holen wir uns noch einen Trupp Dritten und Burgenschützen für da oben hier hinten fürchte ich eigentlich kein Angriff eigentlich zur Nordel stellen wir hier die Paläden von Tristen rein die Mieter für den Fall dass da doch einer auf die Idee kommt da lang anzugreifen aber das passiert glaube ich eher unsere verbindet die Streitmacht steht bereit wir stehen bereit bilden aus bilden aus bilden aus ja das passt nicht mehr 79 das reicht nicht mal für Equites aber gut wir haben ja noch ein paar ja jetzt kommen hier Praetorianer und unsere Leute die Kinos malen mein Praetorianer Arschlöcher sind sie ziemlich hart umzubringen ich finde das lustig weil Taurianer sind so übertrieben stark und mächtig und wir brauchen direkt die Bodenschützen hier dann zwei Gruppen wären es 2 und 64 das haut hin dann einfach ne halt mal grad so das Truppenlimit voll ok ok ihr bleibt in Position ihr Praetorianer ihr Legionäre euch fügen wir einfach mal zusammen 16 46 unseren Skard haben sie auch noch erlischt verdammte Scheiße warum Wolfsgard wir 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 gut auch auch das wir 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 man bleibt im Wald stehen ja das eine Gruppe die 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 auch Zeыми das auch Feuer sehr schön umgebene truppen ist ja scheißegal batterianer bereit machen falt den burgenschutz mit dem rücken jeden fall die muss das alleine hinwegen ja ich weiß ich bin optimist das war wieder eine aktion die super mäßig klappt mit denen ein burgenschützen team ab und stelle sich da rüber so ratoriano wie geht's euch ganz gut soweit ja auch ein Centurion Sextus Kalpanius Defects Gowen mit ihm und wann sie gehen und jetzt durch Kalpinius in Pretoriana Ballera Schleuder und Bogenschützen 16 Pretoriana und diesen Bogenschützen Unterstützung mal kurz in der Armee ausworten Karte natürlich müssen schon in der Zeit objektiv Armin Kamal die Mieter die Oren die Läder Kräger die Läder Kräger Armin Kulturer Armin Kamal wo die Provinz Armee Heinz Köpfe meinen jetzt hier lang kommen zu wollen gut macht euch dann mal hier auf den weg in diesen wald wenn die einheiten zusammenhalten wird es schon klappen da kommt die blöden gladiateuren und wir müssen ja zwei gruppen gladiateuren gegen prätorianer prätorianer gehen drauf gut genau hier klingt mal diese sperrträger da und dann kommt ihr mal hier auch textus ihr beeilt euch ihr werdet hier in den wald gebraucht rennt in den waldmänner rennt in den wald dann kommen sie nicht hinterher gut jetzt sterben sie 8 5 4 3 einer tot gut jetzt haben wir hier oben wieder ein paar trocken die uns ziemlich gut unterstützen können auch hier ihr bogen zu stellen jedenfalls auf die flanke ja ja weil man du hocks dort zieht zu dass du da hochkommst ein prätorianer staufgegangen gut die erheben ist nicht ganz so gut aber besser als alle die europäische ihr verknüpft man hier armen kam auch sechst du es ihr wartet im wald das ist sehr gut zenturio level 3 den rüsten voll hoch kommt eine neue gruppe feinde sie wollen uns eingreifen und deswegen ist es praktisch hier vorne ins gott schicken wir mal darüber dann können wir auch gleich die straße damit abscouten hier sind die zwei siedlungen der feinde gut hier steht die nächste gruppe von den pompeian army wir können schon mal unsere verteidigung instruieren wir werden beide physiker da oben brauchen wenn hier unten kaum noch angriffe kommen doch schön wenn man so ein paar scouts vorne hat die schicken gladiatoren die prätorianer okay burgenschützen bereit machen beide kavallerie burgenschützen gut dann würde ich sagen machen schluss für heute wir sehen uns in der nächsten folge von prätorian bis dahin auf wiedersehen dann wir sehen uns in der nächsten folge